Hallo, ich bin Katharina Liener, ich bin Profi-MMA-Kämpferin und ich gehe hier in die Eistörner für meine Erholung und Regeneration. Es hilft mir sehr nach harten Einheiten, einfach meine Muskulatur zu entspannen, Entzündungen vorzubeugen. Und ab und zu gehe ich auch mal, um einfach meine Laune zu steigern, man fühlt sich immer so gut, wenn man hier rauskommt. Und vor allem im Winter, man fühlt sich auch ein bisschen sehr.